Liebe Zuschauer von KTV, unser Highlight für Sie, ein Büchertalk mit Pater Roland Weiß. Ist das Christentum eine Buchreligion? Im Gespräch mit KTV gibt der Pater der Priesterbruderschaft St. Petrus einen Überblick über die Basics der katholischen Literatur, die in keinem katholischen Bücherregal fehlen sollten. Unsere Sendetermine Sonntag, 12. November, 19.30 Uhr, Montag, 13. November, 18.00 Uhr, Dienstag, 14. November, 14.00 Uhr und Freitag, 17. November um 8.30 Uhr. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF, 2020